Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Vorstellung eines Limited Edition Displays. Heute Champion de France. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was habe ich mich geärgert, als ich das Motiv gesehen habe? Weil mir die Farben einfach sehr gut gefallen. Ich stehe absolut auf dieses Schwarz-Golden, auf diese hellen Elemente. Der Rahmen ist einfach Wahnsinn. Und ich musste sofort an der große Mr. Gatsby denken. Wie toll wäre das? Als wäre es so ein Motiv geworden, ist es leider nicht. Was soll ich sagen? Mit dem Motiv kann ich weiterhin nichts anfangen. Aber man muss einfach sagen, dass es sehr gut verarbeitet ist. Dass es die Details mit dem Gold, diese Schimmereffekte, die man wieder auf den Bildern gar nicht richtig sehen kann, Auch wie diese Mannschaft hier dargestellt wird, mit diesen chromatisch silberglänzenden Flächen, das wirkt einfach super. Also jemand, der Fan von dieser Mannschaft ist, hat hier quasi den heiligen Kral gefunden, Weil es ist einfach technisch ein sehr gutes Display und der Rahmen mit den Farben ist einfach klasse. Wie gesagt, mir gefällt eigentlich nur der Rahmen. Es ist ein tolles Display, aber überhaupt nicht mein Motiv. Und dabei belasse es jetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus.